Parallelen. Also ich denke gerade, dass ich mich jetzt an dem Video sehe, es ist wirklich viel, wo ich mich auch schon so sehe und es war wirklich ganz witzig, vielleicht einfach mal auf dieses Outfit zu sprechen zu kommen, also immer wenn ich diesen Jumpsuit anziehe, vielleicht geht es hier Englisch, was immer, wie wenn ich auf einmal in dieser Halle war. Also das war immer so, dieses Haarband noch rein, okay, jetzt kommst du.